Und ich sage euch, es ist der Athlet mit der Startnummer, welche Startnummer? Startnummer 55, Patrick Potsch. Ja, hallo Männer, nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Wir haben es 5 Uhr morgens, Wettkampftag ist angesagt. Dennis James Classic steht an. Ich werde heute sowohl in der Bodybuilding Klasse bis 90 Kilo starten, als auch in der Classic B Klasse, die bis 1,78 Kilo geht. Wir müssen uns gleich erstmal um die Farbe kümmern. Relativ zeitig das erste Mal dran in der Bodybuilding Klasse, damit wir da auch einigermaßen ready schon vor Ort sind, wenn wir dort eintrudeln. Vorher werde ich mir aber auf jeden Fall erstmal die erste Mahlzeit gönnen und ein kleines Lebenselixieren, also ein Kaffee heute Nacht. Jetzt auch wieder nicht so lange. Musik 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 So, wir sind jetzt final an der Halle angekommen, ein bisschen später als wir eigentlich hier sein wollten. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, weil wenn wir in den Klassen zügig durchgehen, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Aber die Farbe steht auf jeden Fall. Wir müssen uns primär dann noch im Glanz kümmern und die Form passt aktuell noch. Das ist auf jeden Fall. Was ist ein Arsch? Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank. 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 Ready? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Wir freuen uns darauf, euch verkünden zu dürfen, wer die Pro-Card bekommt in der Classic-Physik-Kategorie. Und ich sage euch, es ist der Athlet mit der Startnummer. Welche Startnummer? Startnummer 55, Patrick Palsch. Stopp! 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 Go foray, Patrick. Go foray! So forfellas! Versich. Go foray, Patrick. Der Gesamtsieger, der Dennis James Classic Patrick. Und der junge Mann war letztens bei der Weider Classic schon sehr erfolgreich. Da hat er so viele Medaillen gewonnen, dass der Hals schon auf dem Boden hing. Also Respekt, junger Mann, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Profikarriere. Patrick Teutsch. Patrick Teutsch. Patrick Teutsch. Patrick Teutsch. Patrick Teutsch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Silbermedaille geht an die Startnummer 53 Alexander Schumer Somit Sieger im Light Heavyweight Mit der Startnummer 55 Der Patrick Teutsch Sieger in der Kategorie Sie wissen 90 Kilo Patrick Teutsch So meine Freunde, ich würde behaupten, das lief ganz gut, oder? Ja, Puls fürs Aufbauen Broker, die Junge Einfach ein bisschen surreal an der Stelle, muss ich sagen Vor ein paar Wochen hätte ich das absolut noch nicht erwartet, dass es nicht so ausgeht Dass es in die Richtung geht Ich muss das Ganze jetzt erst mal sacken lassen an der Stelle Weil als IFBB Pro kann ich natürlich auch nur in der IFBB starten Und grundsätzlich hätte ich morgen ja auch noch einen weiteren Wettkampf Ich muss mir jetzt Gedanken drüber machen, wo die Reise hingeht Ja, grundsätzlich lockt mich die ganze Geschichte natürlich schon mit der IFBB Sie dann natürlich für mich selbst jetzt auch größere Wettkämpfe, größeres Potenzial Dann auch auf größeren Bühnen zu stehen Und natürlich für mich auch irgendwo den Ansporn, ja, noch besser zu werden Und da komplett tief auf die Bühne zu treten Ja, mir schwirrt da schon das eine oder andere im Kopf rum Aber wie gesagt, ich muss erst mal Gedanken sortieren Jetzt mit der Family und mit den Freunden kurz ein bisschen kuscheln Zumindest die, die mit mir kuscheln wollen So, weil ich bin noch ein bisschen am rumschmanden mit was essen Und dann fahren wir jetzt auch erstmal grundsätzlich nach München Wo der nächste Wettkampf wäre Aber wie gesagt, das überlegen wir uns noch Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen Euch hat der Auftritt gefallen, die Füge gefallen etc Kommentiert es gerne in den Kommentaren Ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar Ich finde gut, denkt daran, dass ihr das gesamte Unterfangen hier damit unterstützt Dass ihr mit CodePatrick, dem Evo-Shop bestellt, dem Anna Bolzen-Code Ja, EU-West, genau Kriege ich noch zusammen Berserk-Shop, mein Merch-Shop Da könnt ihr natürlich auch stabile Kleidung einkaufen, das ist ihr Bescheid Jetzt habe ich genug gefaselt Gute Nacht, denkt an das Abonnieren In Standort 55 Sehr gut! Vor allem, diese glass-Foies! Der rusk ist das ganze Tag! 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 Doch was ist das? Das war's!